Er pfeift wenn es ein Foul ist. Er pfeift wenn ein Tor ist. Er ist meistens gemein. Er gibt zwei Minuten die Sprache und gelbe Karte droht er ihm. Und manchmal gibt er auch eine blaue. Aber nur weil es richtig schlimm ist. Wenn man übertreten hat, dann pfeift er dreimal. Und er hat eine Pfeife. Eine Pfeife hat jeder. Bis zum nächsten Mal.